zu diesem Lied habe ich meine Kniescheibe rausgehauen diese Videos sind viel besser als die amerikanischen Kannst du dein Lieblings Lied oder Video zeigen? also im Moment, was ich am liebsten im Moment, also ich tanze auch dazu deshalb habe ich immer die Kurierkirchen, die ich am liebsten mache also was ein bisschen interessanter war, also Faza Faza? Faza? Ja, Faza von Mamamoo ist das eine Ja ihr Solo-Solo Ich weiß nicht, wer ist Mamamoo? Erstmal musst du mir zeigen wer Mamamoo ist Mamamoo? Kennst du auch nicht? Kennst du? Das ist so eine Girlgroup Zu diesem Lied habe ich meine Kniescheibe rausgehauen Achso! Das ist die Choreografie dazu Oh ja, das kenne ich auch Das kenne ich auch Also, die sind Mamamoo Das kenne sie Mamamoo? Ja Das sind vier Liedschen Achso, die Musik? Irgendwie Das kenne ich auch Das kenne ich auch Achso, ich sollte dann Radio auch hören Ne? Okay Hier wird Traum K-Pop bestellt, oder? Im Radio Ja Ich meine, habe ich hier gehört? Ja BTS zum Beispiel Ah, ja Meine Schwester hat das immer gehört, das Lied Achso, ich bin zu Hause hoch, ab und runter Äh? Ganz einfach Wow, das ist gut Oh, ganz schön Ganz schön Und das ist so, wahnsinn Achso Und der Bauchstück ist irgendwie Oh, ganz schön Habt ihr das vollstammt? Ja Ja Da 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 ist ich in die Knie gegangen Ah Also runter Ich bin zu schnell in die Knie gegangen Und dann ist sie flitsch Und dann lasse ich in meinem Wohnzimmer Hi Ich hab geschrien Ich? Mein Stiefvater hat erst mal so gefragt Ist das ein Fight für den Krankenwagen? Dann hat er uns an der Infostelle angerufen Ja Ist das denn jetzt so schlimm, dass ich... Und dann kam der Krankenwagen Und dann wurde ich dann betäubt und so Ey Und hier ist automatisch wieder reingesprungen Und dann haben sie bestimmt gefragt Wieso hast du verloren? Ja Und du so Mamamoo Ja Ich hab getanzt Ich hab getanzt Das ist ja Also echt wichtig Und wieder zum Wenden Hier Ja, hier Wo sie runter gehen Da Ah Okay Ja, okay Diese Begrüße Auch Sehr, sehr schön Wahnsinn Und jetzt Was ist das? Ist das auch ein Chorale? Oh, das ist auch eine Chorale Das ist auch so warm Oh Leute, die machen ja ihre Farbe. Auch sehr schön. Ach toll. Die Musikvideos sind viel besser als die amerikanischen, finde ich. Vor allem, weil es so viel Mühe gibt. Die Choreografies und alles. Das ist alles so kreativ. Sie können singen, sie können tanzen. Sie sehen gut aus so. Wer ist das? Das ist jetzt die eine von der Gruppe. Wir haben jetzt Sola. Sola. Also eigentlich heißt sie anders. Aber das ist jetzt ihr Künstler-Name. Das ist ja auch interessant. Und das ist ja ganz kreativ, finde ich. Oh, diese. Ah, das sieht ja nicht auch. Ja. Hosefarbe gleich. Ja. Blau und Silber. Oh, schön. Sexy. Oh, diese geflochtenen Haare sind richtig schön. Die Farbe und die Zusammenkostüme, finde ich echt toll. Bei dem Part. Der Part ist echt schürig. Den krieg ich so gar nicht hin. Ach so, dieser. Ja, das ist echt schürig. Ja, das ist echt schürig. Ja, das ist echt schürig. Ja, genau. Das mache ich eher. Das ist ja. Ja. Die Tänzer sind auch richtig gut. Ja. Sie hat ganz schöne Aufstrahlung, oder? Das ist ein bisschen Tokai-Melodie. Ein bisschen so originalisch, oder? Boah, Tanzen ist ja super da, also. Ja, sie hat erzählt, sie hat sich kurz vor dem Comeback und ihre Bandscheibe ist ausgesucht. Sie! Ja! Oha! Oha! Hier sind jetzt die Föße. Oha! Hier ist doch die Föße! Hier ist doch die Föße! Hier, hier, hier! Hier, hier, hier! Hier, hier, hier! Ich habe keine Föße in diesem Bereich. Ah, das ist nicht so. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht gesagt, wenn ich die Föße ausfühlen habe. Maria. Maria. Ja, das ist irgendwie... Von Haja, Maria! Ja, das ist sehr schön. Genau, das ist so ihr... Ich kenne es ja, aber sie wurde so genannt, ihr Christliche Föße. Ah, okay. Ah, ein Tauchname. Ja, so meint es. Ja, so meint es. Ja. Und dann, woher weißt du denn, dass sie Bandscheibe hat? War das dann? Das kann ich dir zeigen. Moment. So heißt die Sendung. Das ist Naunja-Sanda. Genau. Das ist eine Serie. Ah, okay. Das ist eine Serie. Also beziehungsweise die Realität. Eine davon warst du denn, dass... Genau, sie ist das. Sie ist Waza. Ah, okay. Genau. Das ist ein Model aus Korea. Und das ist die Partner. Das ist die Partner. Ah. Du kannst ja besser als ich. Ja, zu